Natur, Bildung, Sport, Surfen, Abenteuer, Freude, Erfolg und Lifestyle, Erholung und Gesundheit. Willkommen im Projekt WaveUp. Seit über vier Jahren arbeiten rund 20 Leute am gemeinsamen Traum, eine Surfanlage in der Schweiz zu bauen, Wellen in einem sicheren Umfeld von bis zu zwei Metern lässt dich durch den Park surfen, genau wie im Meer. Das bildet den Kern unseres Projekts. Der Wellensee wird in einen Erholungspark integriert. Mit Barfuss und Erlebnisweg möchten wir das Bewusstsein für die Natur wecken. Wir rechnen mit bis zu 150'000 Besucher pro Jahr, wovon ein grosser Teil aus dem Ausland anreisen wird. Das bringt sowohl für die Region, als auch für die ganze Schweiz einen langersehnten und einzigartigen Tourismusmehrwert. Die Nachhaltigkeit spielt für den ganzen Park eine wichtige Rolle. Darum decken wir den Strombedarf mit erneuerbarer Energie ab. So ein Projekt wie WaveUp ist für Regensdorf enorm wichtig. Mit dieser Bevölkerungsentwicklung, die wir haben, ist es eben wichtig, dass wir auch Freizeitangebote haben und damit eben auch ein Bildungsangebot abrunden können. Es ist auch für den Tourismus wichtig und wird auch die Reit vom ganzen Furtal über die Standortförderung Furtal. Es freut uns wirklich darauf, dass dieses Projekt hier realisiert werden kann. So planen wir nebst Hotellerie und Gastronomie einen Ort der Bildung. Der erste Seekindski der Schweiz. Bildung mit Blick auf die Welle. So fördern wir mit unserem Projekt nachhaltig die Region und bieten eine neue Form von Unterricht. Wie ihr merkt, ist das Projekt schon ziemlich weit vorgeschritten und durchdacht. Doch um jetzt aus dem Traum Wirklichkeit zu machen, brauchen wir 100'000 Franken und somit die Unterstützung von jedem einzelnen Floor. Mit diesem Geld werden wir alle Arbeiten auf einer noch professionelleren Ebene halten und so planmässig 2020 eröffnet zu können. Danke für eure Unterstützung. WaveUpYourDreams. 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 WaveUpolve разных granularer Ebene. und表示 limitations Radiusse birlikte dieer ihrer celebration zusammen opportunities. S蔣sola. Vielen Dank.